yo boys crash hier ich wollte nur kurz sagen dass ich von 25 8 bis dritten september bzw dritten neunten nicht hier bin und wieviel loggen werde werde ich noch sehen und ja dann muss ich noch schauen ob ich das mache ich brauche jetzt auf jeden fall gas uploads ich habe in der beschreibung ein formular da könnt ihr gas uploads einsenden also ihr könnt intros edits oder auch speedarts einsenden die ich dann in der zeit jetzt hochladen werde ich werde jetzt wahrscheinlich jetzt schauen wir mal wieviel ich reinbekommen also gas uploads werde ich jetzt alle hier vorm urlaub noch hochladen und dann kommt entweder jeden tag oder jeden zweiten tag da muss ich noch schauen wie viel einsenden und ich bekommen kommt dann einfach eine intro oder ein edit oder ein speedart das ist ganz euch überlassen by the way ich habe noch ein eine skype gruppe erstellt so das crash gruppieren da können einfach leute rein join ich packe euch mal den link unten in die beschreibung auch das steht jetzt ab sofort immer in meiner beschreibung und noch ganz kurz was anderes mein teamspeak wurde also das sponsoring meine teamspeak wurde von tue posten abgestellt weil immer zu wenig leute drauf waren und auch irgendwie die kabel gegen was gegen mich hat die griffen den ts immer kann man nichts machen ich werde sobald ich vom urlaub zurück bin wieder einen neuen ts holen vielleicht bekomme ich eingesponsort da muss ich noch schauen aber es wird auf jeden fall wieder in ts kommen jo bis dann